Hi, wer kennt es nicht? Ihr habt Restholz. Ja, das ist bei mir Restholz, weil ich nicht weiß, was ich daraus bauen soll, also steht es in der Restholzkiste. Ich habe mir was richtig cooles einfallen lassen, damit das Restholz endlich seine Verwendung findet. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Unser nächster Schritt ist, wir tun alle Seiten einmal kurz mit Schleifpapier schleifen. Ich mache das immer einfach mit einem Exzenterschleifer, geht am schnellsten. Ich mache das kurz. Ich mache das kurz. Ich werde den jetzt gleich noch am Parallelanschlag vorbeiführen mit der geraden Kante und dadurch kriege ich hier diese, ich weiß nicht ob man das erkennt, ja wahrscheinlich schon, da hat es noch so Sägeblattspuren drin, ich könnte sie zwar jetzt raushobeln, aber ich glaube das wird eh, ah obwohl, geht eigentlich relativ gut, ich glaube ich hobel die kurz raus. Wer sich übrigens fragt, was das für ein Hobel ist. Das ist mein Hobel. Ich blende euch gerade mal ein Bild ein, wie er früher aussah, da ist mir der Griff abgebrochen, und zwar so abgebrochen, dass ich es nicht mehr reparieren konnte und dann habe ich mir einen anderen Hobel daraus gebaut. Ich meine das ist ein Handmade Produkt. Übrigens, der Gerhard, der hat mir was von meiner Grundschlüsse geschickt, dem habe ich Coaster geschickt, guck mal er hat mir ein Bild geschickt. Wo ist der Feger? Habt ihr ihn gefunden? Ich schon. Da steht nur eine Flasche Wein, ich hoffe da waren ein paar mehr im Spiel, aber jetzt können wir weitermachen. ich werde das Ganze nachher mittig hier draufsetzen und dass ihr es wisst, ich habe da so ein tolles Handy, das kommt links hin und dann das Ladegerät für meine Uhr kommt rechts hin. Dazu schnappe ich mir jetzt einen Zollstock und schaut mal, ich schnappe mir jetzt einen Zollstock. Das Zollstock fressende Monster hat mir ein paar Zollstöcke gebracht, ich nehme ihn da draus. Entschuldigt bitte diese blöde Position, dass ihr es wisst, meine Platte ist Pi mal Auge 24 cm breit. Die Hälfte von 24 cm sind 12 cm. Ich kann rechnen. Schnappen wir uns jetzt gerade unseren Anschlagswinkel und zeichnen uns ganz vorsichtig eine Mittellinie. Drückt nicht so arg, das Problem ist, ihr kriegt die Mittellinie sonst nicht mehr rausgeschliffen. Da drauf wird das Teil hier montiert. Genau. Ich schnappe mir jetzt das Ding und zeichne es kurz an. Und jetzt solltet ihr mit sowas hier rausgekommen sein, hier der Mittelpunkt, hier der Mittelpunkt, von diesem Stück auf dieses Stück und hier der Mittelpunkt, dasselbe nur gespiegelt. Maße bringt euch da nicht wirklich viel. Ich zeig euch wie ich es baue, dann schafft ihr das auch. Jetzt schleife ich es noch kurz und dann zeige ich es euch. So sieht das Ganze jetzt aus. Gefällt mir relativ gut. Ich meine, das ist ja nur dafür da, dass der Koffer nach vorne nicht runter fliegt. Hätte ich aber auch so. Keine Angst, ja. So, ich habe mir jetzt gerade mal die Breite von meinem Handy hier unten drauf gezeichnet. Ich hoffe, man erkennt es. Hier. Ja, doch leicht. Das ist einfach nur das Handy quasi so im Hochformat. Das werde ich jetzt mit Stechbeichel und viel Manpower ausarbeiten. Hier solltet euch einen Tiefenstopp einstellen und zwar so circa 1 cm im Material spätestens. Dann auch gut anknallen die Schrauben und dann schön festmachen. Dann könnt ihr anfangen zu bohren. Kennt ihr das, dass das nach einem Projekt schon wieder aussieht, wie als hättet ihr, was weiß ich, einen atomaren Krieg gestartet. Wer kennt es nicht? Ich habe bei mir das Loch leider etwas zu groß ausgearbeitet. Es wird cool aussehen, nur das Problem ist, es kollidiert mit dem Kopfhörer des Handy. Jetzt habe ich mir gerade noch vom Restholz von so einer Spardose hier unten einen Winkel in so 22,5 cm geschnitten. Das werde ich jetzt hier hinten hin kleben, so als kleiner Support. Und das steht dann so hier an. Ich dachte, ich halte euch mal auf dem Laufenden. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist gerade von unten, wie gesagt, mit drei Schrauben reingeschraubt. Jetzt können wir auch schon weitermachen. Und dieses Stück Holz daran befestigen. Ich habe für mich herausgefunden, dass es am leichtesten klappt. Wenn ich mir die Schrauben leicht durchstecke. Ich mache das kurz. Die Spitzen rausgucken lasse. Weil jetzt kann ich mir das Ding ganz genau drauf ausrichten, so wie ich es geplant habe. Und jetzt kann man schon festschrauben. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Jetzt schleifen wir das einmal schön planen und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt schauen wir uns gerade ein bisschen Wachs und vielleicht Öl. Ich weiß es noch nicht. Aber das Bienenwachszeug da von Clou ist es glaube ich. Das riecht ja bestialisch gut. Das ist es gar nicht. Das flüssige Bienenwachs von Clou, das riecht so geil wirklich. Naja, ich mach das mal kurz. Ja, das Projekt ist jetzt getan. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt ein paar Bilder ein. Dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 19 Uhr. Und bis dahin haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.